Die Kresung A.K.A. Robin entstammt einer Roma-Familie von Zirkusartisten. Er wurde hineingeboren in die Trapezgruppe fliegender Kresens aus Hanis Zirkus. Seine Eltern sind John und Merrick Reesung. Eines Tages wird der Zirkusleiter von einem Gangster namens Tony Zuko, dem die gesamte Stadt gehört, erpresst. Weil er sich weigert, Zuko Schutzgeld zu zahlen, verübt diese einen Anschlag auf die Trapezseile, woraufhin diese Reißen und X-Eltern vor seinen Augen sterben. Bruce Wayne, der sich zufälligerweise im Publikum befindet, als Dicks Eltern sterben, nimmt sich das Jungen an und wird dessen Vormund. Um seine Eltern zu rächen und Tony Zuko umzubringen, schleicht sich Dick jedoch des Nachts davon. Als Bruce herausfindet, was Dick vorhat, enthüllt er seine Identität als Batman vor ihm und hält den Jungen Dick auch davon ab, die von Tone Zuko unterwanderte Polizei zu informieren. Stattdessen trainiert Batman den Jungen. Dick Kresung wird zu Robin. Der Ursprung von Robin geht bereits zurück in die goldene Ära des Comics. Seinen ersten Auftritt hat er in einem Detektive-Comic von 1940. Der waisen Junge Dick Kresung aka Robin war eine Identifikationsfigur für Kinder und bekam seine eigenen Comics. In dieser Zeit war er schließlich in mehr Comics zu sehen als Batman selbst. Dick wird das erste Waisenkind aufgrund eines Verbrechens, dessen sich Batman annimmt. Als Robin der Name, der von nun an für Batmans Helfer und Mitkämpfer reserviert ist, bleibt Dick über 30 Comic-Jahre hinweg an Batmans Seite. In einem Comic von 2001, Dick ist inzwischen erwachsen, will Poes ihn adoptieren. Batmans Gettner Ras Algol will jedoch einen Keil zwischen die beiden treiben und überzeugt einen alten Rom, Joschka Kresenka, er sei Dicks Opa. Joschka spricht Romanes und Dick sagt, es sei schön, mal wieder diese Sprache zu hören. Schnell finden sie heraus, dass Ras Algol Joschka angelogen hat, als er zu ihm gesagt hat, Dick sei das Kind seines verstorbenen Sohnen. In einem späteren Comic stirbt Joschka bei einem Anschlag und bei der Beerdigung sagt Dick selbst einen Segensspruch auf Romanes für ihn. Zu diesem Zeitpunkt ist Dick bereits aus der Rolle des Robin herausgewachsen. Der zum Mann gewordene Dick möchte nicht mehr nur im Schatten Batmans kämpfen. Letztendlich ausgeschlossen von dieser Position wird er aber von Batman selbst, als Dick im gemeinsamen Kampf an der Seite Batmans von Joker verletzt wird. Aus Sorge um seinen Ziehsohn entlässt Batman Dick deshalb aus seiner Rolle als Robin. Da Dick außer Batman keinen Vertrauten hat, wendet er sich an Superman, der ebenfalls keine Familie hat. Aufgrund einer inspirierenden Erzählung von Superman benennt sich in Lightwing um. Erzählung von Superman Die Nightwing Comics waren mit 150 Comics schließlich sehr erfolgreich. Nur einmal verlässt Dick diese Rolle noch einmal, als er vorübergehend die Rolle von Batman übernimmt, nachdem Warne Bruce Wayne schwer verletzt hatte. Dick Gresong ist eine der wichtigsten Figuren in DC Comics und eine der bekanntesten, wenn nicht die bekannteste Version von Robin. Er taucht zum ersten Mal in Detektives Comics Nummer 38, im Jahr 1940 auf, wird in 4.498 Comics, Filme und Spiele integriert und ist von demselben Machern wie Batman kreiert, Bob Cajun und Bill Finger. Er ist Teil der Batman-Familie, von Super Friends, The Network, der Outsiders und der Teen Titans. 1980 erscheint eine Ausgabe mit einer Wiederbelebung der Teen Titans, erneut unter der Führung von Dick Greson. Diese Erzählung war so erfolgreich, dass sie über 16 Jahre weitergeführt wurde, bis 1996. Nightwing wird bis heute als wichtige Figur weitergeführt. Im März 2021 erschien ein neuer Nightwing-Comic-Band. Es ist vielen nicht bekannt, dass Dick Gresong aka Robin als Calderasch-Rom im Comic dargestellt wird. Die Calderasch sind Schmiede und Kesselflicker und kommen aus den alten rumänischen Gebieten Moldau und Wallachai. In Rumänien waren Roma 500 Jahre lang versklavt. Die Sklaverei endete offiziell 1856. Viele Calderasch wanderten darauf hinaus unter anderem in die USA. In den Comics um Dick Greson kommen immer wieder Dialoge in Romanes vor, zum Beispiel mit seinem Vater. Auch das Wort Gartier wird benutzt und zwischen Batman und Dick gibt es einen Dialog, der mit Stereotypen gegen Roma spielt. In der Comic-Welt gibt es viele Roma-Charaktere, die eine große Rolle in der Popkultur spielen. Neben Dick Greson sind das Magneto, Doctor Doom, Scarlet Witch und viele andere, die Comics populär gemacht haben. Sie erscheinen nicht nur in den Comet-Büchern, sondern es gibt Serien, Filme bis hin zur aktuellen Filmindustrie des Marvel Cinematic Universe, die Millionen Gewinner eingefahren haben. Diese Filme verschweigen oder verändern die Roma-Herkunft der Charaktere. Deswegen machen wir für dich diesen Film, damit du die Fehler in den kommenden Werken der Commerzfilmindustrie erkennen kannst. Bleib dran! Abonniere unseren Kanal und freu dich auf den nächsten Film über Scarlet Witch. Ein Film powered by Romedia Network und Romadness Strange Movies Production. Abonniere unseren Kanal und W